Herr Müller, im nächsten Jahr steht die Bundestagswahl an. Wie beurteilen Sie die letzte Legislaturperiode aus verbraucherpolitischer Sicht? Die Legislaturperiode ist ja noch nicht komplett vorbei. Das heißt, wir erwarten sowohl von der Bundesregierung, dem Verbraucherschutzministerium, aber auch den Abgeordneten, dass sie noch einen Teil ihrer Hausaufgaben zu erledigen haben. Aber schon jetzt sehen wir, dass in dieser Legislaturperiode einiges bewegt wurde. Das ist zum Beispiel die bessere Aufsicht über den Finanzmarkt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist hier gestärkt worden mit einem Verbraucherschutzmandat. Wir sehen, dass die Klagerechte der Verbraucherverbände im Bereich der digitalen Welt verbessert wurden und mit den Marktwächtern können wir jetzt etwas präziser sagen, wo Verbraucher und Verbraucher der Schuh drückt. Also einiges ist auf den Weg gebracht worden, aber ein paar Punkte sind noch offen. Welches verbraucherpolitische Thema stand für Sie im letzten Jahr im Mittelpunkt? Also in der öffentlichen Diskussion stand natürlich der VW-Skandal und die Frage, wie weit hier ein großer weltweiter Konzern geschummelt und betrogen hat. Das war, glaube ich, das, was die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und dahinter steht eben eine Reihe von Fragen, nämlich können Konzerne machen und lassen, was sie wollen? Muss ich als Volkswagen-Kunde nicht dafür entschädigt werden? Und warum geht es amerikanischen Verbrauchern, die betroffen sind, so viel besser als denen in Deutschland und Europa? Aus diesem Grunde hat ja auch der VW-Abgasskandal das Thema Musterfeststellungsklage wieder in die Diskussion gebracht. Warum tut sich Deutschland so schwer, ein solches Verfahren zuzulassen? Zum einen liegt es daran, dass die deutsche Rechtssystematik sehr, sehr stark auf das Individuum zugeschnitten ist. Das heißt, ein betroffener Kunde muss selber gegen ein Unternehmen vorgehen oder dagegen klagen. Das ist die vorherrschende Meinung. Jetzt sehen wir aber, dass das für viele Menschen einfach irreal ist. Das lohnt sich in sogenannten Bagatelldelikten nicht, wo zwar Hunderttausende von Verbrauchern vielleicht von überholten Stromkosten oder Telefontarifen betroffen sind, aber für den Einzelnen sind das vielleicht nur 20, 30, 50 Euro. Geht davor jemand vor Gericht? Insofern lobbyieren wir seit Jahren dafür, zu sagen, wenn es gleichgelagerte Fälle sind, dann sollen nicht alle Verbraucher einzeln klagen, sondern es reicht eine Musterklage. Und das Schöne ist, seit Ende November gibt es jetzt Bewegung in der Debatte, weil nicht nur die SPD und das Verbraucherschutzministerium, sondern auch CDU und CSU gesagt haben, das ist eine gute Idee. Jetzt erwarten wir aber zügige Beratung noch in dieser Legislaturperiode und tatsächlich einen Gesetzesbeschluss bis Pfingsten. Im Auftrag des VZBV hat Kanta Emnet eine repräsentative Telefonbefragung zum Stand des Verbraucherschutzes in Deutschland durchgeführt. Welche Sorgen haben denn die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland geäußert? 93 Prozent der Menschen, also fast jeder hat gesagt, ihm ist Verbraucherschutz wichtig. Es ist wichtig, dass es da vorangeht und wir haben das natürlich nochmal etwas detaillierter abgefragt. Und wir wollten wissen, wo sehen die Menschen Nachholbedarf? Insgesamt ist das mehr als jeder Zweite und ganz konkret gilt das vor allem im Bereich Reisen und Verkehr mit 70 Prozent Strom und Heizung, aber auch Lebensmittel, Ernährung, Gesundheit und Pflege und auch die Klassiker Telefon, Internet und Finanzen und Versicherungen sind Top-Themen, wo die Menschen Verbesserungsbedarf sehen. Wie groß ist das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Politik? Auf welche Probleme wünschen Sie sich Antworten von der Politik? Ja, die Verbraucher haben zum Beispiel mit 79 Prozent gesagt, sie wünschen sich eben in der Politik mehr Beachtung ihrer Verbraucherprobleme. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil so wie es ein Sicherheitsbedürfnis gibt gegenüber Kriminalität oder anderen Bedrohungen, gibt es eben auch den Wunsch, dass die Sicherheit im Konsumalltag wertgeschätzt wird. Drei Viertel sagen zum Beispiel, sie wünschen sich unabhängige Informationsmöglichkeiten und 70 Prozent sprechen eben von einfachen, kostengünstigen Klagemöglichkeiten. Und da kann die Politik jetzt noch in den nächsten Monaten beweisen, dass sie diesen Verbraucherwunsch nach mehr Sicherheit und Verbraucherschutz ernst nimmt. Die nächsten Monate werden geprägt sein vom Wahlkampf. 2017 steht die Bundestagswahl an. Welche Kernforderungen stellt der VZBV im Hinblick auf die Bundestagswahl an die Politik? Also erstmal wollen wir natürlich in den Wahlprogrammen aller Parteien ein ganz klares Bekenntnis sehen, dass Sicherheit, dass Sicherheit im Konsumalltag, dass mehr Verbraucherschutz ihnen ein wichtiges Anliegen ist. Und dazu haben wir auch nochmal die Menschen in Deutschland befragt. Und wir sehen, dass an der Spitze tatsächlich das Thema der Kostenbelastung in der Krankenversicherung von Pflegebedürftigen von über 80 Prozent der Menschen genannt wird. Und insofern ist die Frage, wie ist hier die Finanzierung geregelt? Ist nicht die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ein konsequenter Schritt, der daraus folgt? Ein weiteres wichtiges Thema hat ebenfalls mit finanzieller Absicherung in der privaten Altersvorsorge zu tun. Und die Menschen spüren, dass hier in Niedrigzinszeiten einfach mehr getan werden muss. Aber dazu muss es eben kostengünstige, effiziente Angebote geben. Das ist das zweite große Anliegen an die Politik. Und das dritte würde ich noch nehmen, ist die Frage, dass wir keine Diskriminierung im Internet haben dürfen. Das heißt, die Menschen wollen nicht ungleich behandelt werden. Sie wollen die Chancen des Internets für E-Commerce, Online-Shopping nutzen können, aber eben darauf vertrauen können, dass es dort sicher, fair und gerecht zugeht. Das glaube ich, werden die drei Top-Anliegen, die Verbraucher eben ganz klar adressieren und die wir bei den Parteien zur Bundestagswahl wiedersehen wollen.